Also ja, hier kommen wir nicht nach Goldtal. Wir haben wie gesagt noch hier oben ein Xaurib-Lager. Und dass ich mich erinnern kann. Und die Bärenhöhle. So, das Xaurib-Lager. Wie viele Xauribs haben wir denn hier? Okay. Drei Xauribs. Sollten wir auch noch hinkriegen. Jetzt sind wir nur leider flankiert. So, heilen wir uns mal sicherheitshalber. So, jetzt sind wir schon mal nicht mehr flankiert. Was gut ist. So, der ist schwer verletzt. Einen Schlag noch. So. Jetzt sollten sich unsere Ausdauer holen, ja? Wir können die Xauribs plündern. Xaurib-Zunge, Schilde, alles. Die Verstrebungen und Verstärkungen sind groß genug, um Rippen und Wirbelsäule als Drachen sein zu können. Ja, gefütterte Haube. Gold-Zuell. Die Zuell ist die kleinste Goldmünze der Valianischen Republik und wird für Transaktionen mit hohem Wert benutzt. Deswegen ist sie auch nur ein Kupferpand wert. Also zwei Stück sind 18 wert. Das gibt uns langsam einen kleinen Groschen hier an Geld. Und ja, ich könnte jederzeit rasten. Ja, ein Rastvorrat wird dabei aufgebraucht. Und ich könnte jetzt genau wählen, was ich dabei haben möchte. Achso, das sind die Sachen, die ich, ähm... Durch... Überlebenskriege. Die Überlebenschance ermöglicht, dem Charakter aus einer Reihe von langfristigen Boni zu wählen. Wann immer er rastet. Die ersten sechs Ränge verleihen die folgenden Boni. Mhm. Gut. Saurierplager. Bärenhöhle. Mit den Bären kann ich mich alleine nicht anlegen. Ich würde eigentlich gerne, das Inventar zu klappen, wenn es gehen würde. Pro Ruhephase. Ah. Pro Begegnung. Okay. Pro Ruhephase-Fähigkeiten einsetzen. Klassenverhalten aggressiv. Unterstützend. Selbstverteidung greift nur an, wenn er von einem Feind angegriffen wird. Nachdem dieser Feind besiegt wurde, sucht er sich einen neuen Gegner. Ist gut. Ja, Selbstverteidigung ist immer noch am besten, finde ich. Das kann man am besten kontrollieren. So, dann geht's jetzt von Talholz erstmal nach Goldtal. Alof und Idea einsammeln. So, große Erschöpfung. So, und hier ist Goldtal. Edea, Alof, Windmühle, ein paar Häuser, Straße nach Osten, Straße nach Süden, nach Westen. Und ja, das Gasthaus zum Schwarzen Hund. Ein Mann nähert sich dir, dessen Haut so matt und grau. Wie das desolate Dorf hinter ihm ist. Er muss natürlich mit eingesunkenen, leblosen Augen. Du musst einer der neuen Siedler sein. Seine Stimme ist ein trockenes Krächzen. Wir kommen in Goldtal. Bestimmt würde es sich freuen, dass hier erst kürzlich ein paar Stellen frei geworden sind. Er klart. Er strahlt auf das knorrige, blattlose Monstrum vom Baum neben ihm. Und ja, die Szene, die haut immer wieder rein, wenn man den Baum mit den Aufgehängten sieht. Da merkt man, dass dieses Spiel nicht zimperlich ist. Naja, heißt du alle auf diese Weise willkommen. Bist du wahnsinnig. Kein Wunder, dass hier nicht so viel los ist. Ich fühle mich jetzt schon wie zu Hause. Ich könne mir das Angebot des Fürsten nochmal durch den Kopf gehen lassen. Heißt du alle auf diese Weise willkommen. Der einzige geantwortet ist das Gebrumm der Fliegen am Baum. Sein Blick wendet sich wieder dir zu. Natürlich müssen wir zuerst einige Erkundigungen einziehen. Der unschätzbare Fürst Redrick hat große Mühen auf sich genommen, um unser Dorf vor Weidwins Vermächtnis zu isolieren. Er schätzt dich über halbbundförmige Augengläser ab. Und kratzt dich am Kinn. Hast du schon mal ein Hohlgeborenes gezeugt? Von was redest du da? Natürlich weil er im Kinn das ohne See geboren wurde. Fürst Redrick hat die Tilgung dieser Geiser aus unserem Dorf zur obersten Priorität gemacht. Ich sollte dich warnen, Fremde. Hier in Goldtal haben wir einen besonderen Ort für Dissidenten, Scharlatane und jene, die einen Fluch unter uns verbergen würden. Er geht zur Seite und neigt seinen Kopf minimal zum deformierten Baum. Seine Frau der Herrscher ist mit dem Kind und jetzt nicht. Without hisen Verkaufs kann ich dir nicht ein permanentes Settlement finden. Es wird warten, bis nach dem Gebet. Wir können dann unsere Interviews weitergehen, nachdem die Bälle aus Radricks Hohle zu schicken, um meinen Herrs neuen Heir zu signalen. Die Geburt des Kindes seiner Herrscher steht unmittelbar bevor. Ohne seine Genehmigung werde ich nicht in der Lage sein, dir eine permanente Bleibe zu finden. Das wird bis nach der Geburt warten müssen. Er verschränkt die Arme. Nachdem die Glocken von Radricks Fest und die Geburt des neuen Erben meines Fürstum verkündet haben, können wir unsere Unterredung fortsetzen. In der Zwischenzeit kannst du vorübergehend in der Schenke gleich zu Wessi von hier unterkommen. Seit einem knapp überlebenden Aufeinandertreffen mit deinem Bierwerk fühle ich mich merkwürdig. Ob es wohl jemanden im Dorf gibt, der mir helfen könnte? Du sagst es etwas von Hohlgeburten und Weidwins Vermächtnis. Bevor ich hierher kam, soll ich in der Nähe von Ruinen mehrerer Leute eine merkwürdige Zeremonie durchführen. Nehmen wir mal die zwei. Das ist das wenigste Auffällige. Herr Blinzel, manchmal vergesse ich, dass ihr Fremden diese Seuche in euren Heimatländern nicht kennt. Die Hohlgeburten sind jetzt schon seit fast 15 Jahren die Geißel des Dürrwalds. Er senkt seine Stimmung und flüstert nur noch. Ohne Seelen geborene Kinder. Er schüttelt den Kopf mit mitweidenswerte dummen Dinger, die gerade mal so atmen, aber doch nicht wirklich am Leben sind. Manche sagen, die Hohlgeburten seien eine Krankheit. Manche sagen, sie seien eine Strafe der Götter. Ihr hebt seine leeren Hände. In Wirklichkeit weiß es niemand sicher. Da sie aber nach dem Krieg des Heiligen begann, adaptierte sie die Bezeichnung Weidwins Vermächtnis zu Ehren dieses üblen, gotteslästerischen Heuchlers. Seine Stimme erzittert vor lauter Giftigkeit. Aha. Die Dekrete vom Fürst Rettig können manchmal streng wirken, aber er trägt unser bestes Interesse im Herzen. Er nickt. Würdest du aber andere Fragen haben, kannst du sie mir gerne stellen. Dann ist es wichtig, dass jeder im Goldtal unsere Regeln und Risiken versteht. Ja, fragen wir mal jemanden, ob mir jemand im Dorf wegen dem Seelenproblem helfen könnte. Whatever your problem, it sounds like a matter for an Anamanser. However, the only Anamanser in Gilded Vale isn't in any condition to speak. Consider yourself fortunate. After she failed Lord Radrick, we saw to it that she wouldn't profit from the misplaced trust of others. A bad cure is often worse than none at all. Der Magistrat wirft die Stirn in Falten. Was auch immer dein Problem ist, es klingt nach einer Angelegenheit für einen Beseeler. Die einzige Vertreterin dieser Zunft in Goldtal ist aber nicht mehr in der Lage zu sprechen. Er deutet eine vom Baum hängende Leiche. Er lächelt König. Du sollst dich glücklich schätzen, nachdem sie für Stradric enttäuscht hatte, sorgten wir dafür, dass sie nicht vom fälschlich in sie gesetzten Vertrauen anderer profitieren würde. Eine falsche Heilung ist schlimmer als gar keine. Aber falls der Pich darauf bist, eine Flasche Tollpisse oder einen Steinchen-toten Adra zu finden, um dir damit die Stirn einzuräumen, so kannst du gerne ihre Taschen durchsuchen. Wenn man nach Scheiße griebt, ist ein bisschen Leichengestank unerheblich. Irgendwie freundlich. Ich an der Stelle würde mich aber freuen, dass mir die Flucht gelungen ist und es dabei belassen. Ich glaube, das erwähnen wir trotzdem, das mit der Zeremonie der Ruine. Er sieht dich vorsichtig an. Du sollst dir gut überlegen, wo du das erwähnst. Das unbefugte Eindringen in eine weltanische Ruine ist illegal und ganz abgesehen davon gefährlich. Wahrscheinlich hast du jemanden beim Versuch gesehen, ein neues Ritual zur Befriedung der Götter abzuhalten. Heute in der Lage lassen, die Leute nichts umversucht. Berat hat Gnade. Das haben wir wirklich. Vielleicht. Ich sehe es schon. Es ist besser, sich von derartigen Orten fernzuhalten. Dann auf Wiedersehen. Oh Gott, nicht kurz. Bleibt weg von... Und da läuten die Glocken. Oh Gott, blick mit undurchdringbarem Gesichtsausdruck nach Osten. Er blinzelt kurz und wende seine Aufmerksamkeit dann wieder dir zu. Anscheinend kommt deine Ankunft zur größten Unzeit. Drei Glocken schlagen nur für den Tod eines Redrick. Ich fürchte, dass für das Redricks Erbe verloren ist und einmal ein Hohl geboren ist und damit gleichermaßen verloren ist. Eine merkwürdige Zuckung zieht sich über sein Gesicht und seine Mundwinkel verziehen sich zu einem freudlosen Lächeln. Du solltest vorsichtig vorgehen. Die Umstände haben sich erheblich geändert. Was meinst du damit? Was ist passiert? Wer entfließt das Angebot des Fürsten an neue Siedler? Was ist passiert? Er zuckt mit seiner knochigen Schulter. Nach Ankunft der Boten werde ich weitere Details wissen. Vielleicht sogar die Launen der Geburt. Wie auch immer, das betrifft dich nicht. Was meinst du damit? Du kommst in einer Zeit des Trauerns zu uns. Das Vernächtnis hat Koltheim mitten ins Herz getroffen. Unsere Benühungen, uns in Berats Augen reinzuwaschen, müssen verdoppelt werden. Er richtet einen festen Blick auf dich. Beeinflusst dies das Angebot des Fürsten an neue Siedler. Bedrohen werde ich jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen frage ich mal wegen den Siedlern. Zu diesem Zeitpunkt weiß ich gar nichts sicher. Du sollst dich etwas ausruhen in der Schenke oder meinetwegen auch in einem Stall. Komm danach wieder zu mir. Ich werde schon früh genug mehr wissen. Ja, Goldtal. Abgeschlossen. Magistrat Urget schlug mir vor in der Schenke abzusteigen, während er für mich nach einer geeigneten Unterkunft sucht. Als hier fahrt im Stillstand, während er auf Neuigkeiten über das Schicksal von Fürst Rettrichs Neugeborenen wartet. Anscheinend bleibt mir kommen mit etwas anderes übrig, als abzuwarten. Ich habe das Talholz erreicht. Das Goldtal liegt direkt vor mir. Endlich habe ich Goldtal erreicht. Das ist nicht unbedingt das, was ich erwartet hätte. Ja. Das heißt, wenn wir jetzt mit dir der reden... oder jemanden in der Schenke, ich könnte Ihnen introduceieren. Das ist nicht so, was ich mit dir in der Schenke abzusteigen. Das ist nicht so, was ich mit dir in der Schenke abzusteigen.